Und besiege ich alle Gegner auf dem Weg. Sooo, noch mehr Prinzessinnen. Mal gucken, ob die was Spannendes zu sagen haben. Sora, bitte beeile dich. Die Dunkelheit ergießt sich aus dem Schlüsselloch. Mehr können wir nicht tun, um die Dunkelheit aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Okay, bin schon unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister des Schlüsse-Schwertes. In der Zwischenzeit werden auch wir tun, was wir können. Die Schränke wären cool. Muss ich von irgendwen... ...ein Dieter? Nee... ...den beiden quatschen. Wir haben auf dich gewartet, Meister des Schlüsse-Schwertes. Wo ist Ansem? Er ist weg. Als das Schlüsselloch erschien, strömte die Dunkelheit aus ihm heraus. Sie verschlang Ansem und fort war er. Obwohl Ansem weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir werden gemeinsam... Wir versuchen gemeinsam, sie zurückzudrängen. Ich werde sein Gesichtsausdruck nie vergessen. Als ihn die Dunkelheit verschlang, lächelte er. Ja. Ja, das war ja wohl das, was er wollte. So, einmal speichern. 49. Bäh, immer noch zu wenig. ...und kaputt. Oh, nur der. Das ist aber nicht... So, wieder in der Halle. Gucken, ob hier irgendwas Spannendes passiert. Außer Gegner. Wie? Te.. ...wenn er sich mal irgendwo festhalten soll... ...machen das nicht! Na sone blöken Stelle... ...machen das. Das Ding ist gespielt. Oh mein Gott, kaputt! Eine Proton, wie süß. Nachmehr, wiii! So, hier ist alles sauber. Hier geht's schon wieder weiter. Jetzt geht's! Hm... Oh, es scheint jetzt eigentlich schon ein bisschen die Sonne. Da hab ich eigentlich drauf gefreut, dass es ein bisschen kühler wird. Aus dem seh ich dann immer so schlecht alles. Ah, das ist ne Kiste. Genau, die will ich. Ein Flair-Gummi. Alles unnötiger Schmarrn. So... So... ...Mamuar erhalten. Das ist mein Schwert. Und... ...klaut mir zwar MP... ...aber es macht wie Aua. Und hat eine große Reichweite. Hartmann... Ich denke, dass ich nicht das bin. Eeeh, noch mehr HP für Donald. Ein Rubinensplitter. Es klappt schon besser mit dem neuen Schwert hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute. So, dann mal rein da, um uns vergnügen. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Den riesigen Herzlosen. Und wie viel Leben er hat. Ich muss mal einen Ohren angreifen. Ach, er hat's runtergezogen. Ich muss mir schon ein bisschen Zeit lassen. Großer, großer, irgendwas. Stier? Ich glaub Stier passt. Keine Lust zum Spielen. Ich will jetzt nochmal mit dem Stier versuchen. Sonst muss mir echt was einfallen lassen. Wahrscheinlich noch mal alle Welten abklappern. Er ist nicht so nett. Ja. Krass. Ja. Ja. Das ist schon so meine, dass er den Eingriff hat, den man nicht ausweichen kann. Der macht so viel Schaden, warum eigentlich? Der macht so viel Schaden. So, verpassen wir den Eingriff einfach mal was. Du nicht darf ruhig Eta haben, dann kann er sich selber wieder hochpushen, dass man nicht so gut aussieht. Wie viele Eta habe ich eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. So, noch ein Versuch. Wenn nicht, muss ich ins Trainingslager. Ja. Vor allem, wenn da alles kommt, was er ist. So, ein kleiner Typ. Und dann was Naschen. Ja. Ja. Dumpshot. Easy. Oof! Ja. Ist. Papast. Apa? Ach komm, ich seh doch schon so viele Leister.